Hallo ihr Lieben! Hallo ihr Lieben! Hallo Leute, ich versuche gerade ein paar Übungen, die mir Christoph gezeigt hat, bei der Krankengymnastik zu machen. So einmal hoch und dann nach hinten. Oh Mann, das tut richtig im Rücken weg. Einmal hoch und nach hinten. Aber wir haben diese Woche Krankengymnastik ausfallen lassen, weil Christoph krank ist und mir auch nicht so gut ging jetzt die letzten Tage, sodass es gar keine stattgefunden hat. Und das merkt man dann. Deswegen sitze ich jetzt hier ziemlich schlecht beleuchtet, wie ich gerade sehe. Ihr seht mich gar nicht, ne? Ich verstehe gar nicht mehr, wie das am besten hier gemacht werden soll. Und nach hinten. Was hat er mir noch gezeigt? Ach ja, das ist eigentlich ganz einfach. Das kenne ich noch von früher. Habe ich selber auch gemacht mit den Mädels, als ich die Sportstunden geleitet habe. Einfach nur hinten festhalten und oben hochziehen, das Band. Weil ich ja jetzt extrem mit dem Rücken momentan... Keine Ahnung, Wetter. Ich werde alt. Alles zusammen. Schlechte Haltung. Also das soll auch eben erstmal für die Schultern, wo ich momentan auch Probleme habe. Aber auch gegen den Rundrücken halt ein bisschen helfen. Ja und das gleiche andere Seite auch. Ich versuche diese Übungen ein paar Mal am Tag zu machen. Und dann eben jeden Tag daran zu denken, was nicht immer klappt. Aber ich wollte euch jetzt zeigen, was mir die liebe Gabi empfohlen hat. Wen mir die liebe Gabi empfohlen hat. Die nennen sich... Moment. Ich muss jetzt mal suchen. Liebscher und Bracht. Da sind die Schmerzspezialisten, nennen sie sich auch so, die Schmerzspezialisten. Und die sind eigentlich sehr gut. Ich habe ein paar Übungen schon gemacht davon. Ich kann euch ein bisschen was zeigen, aber guckt einfach selber. Ich werde unten in die Kommentare heute einfach schreiben, wie die genau heißen. Oder vielleicht den Link zu denen setzen. Ja. Hier ist zum Beispiel genau ein Video vor 8 Stunden rausgekommen. Die Lösung. Die 3 Übungen korrigieren deine schlechte Haltung. Also ich gucke mir das nachher an. Erstmal mache ich aber jetzt die Übungen, die ich schon gesehen habe. mir angeguckt habe und auch schon ausprobiert habe. Das kann ich auch zeigen gleich. Aber ich muss jetzt mal gucken, wo meine Bestellung hingegangen ist. Die Beleuchtung steht jetzt einigermaßen. Ist ein bisschen blöd trotzdem. Aber nicht mehr ganz so schlimm. Ihr könnt mich ja sehen jetzt. Ich zeige euch noch mal gleich. Ich muss die Übungen noch mal machen. Aber ich habe letzte Woche was bekommen. Ich habe es mir bestellt. Das war auch ziemlich schnell angekommen. Ich habe mir jetzt dieses Faszien Set bestellt. Man kann natürlich auch von denen. Ich merke den Namen nicht. Lieb. Liebrauchen und Brache. Ach. Die haben einen eigenen Shop auch natürlich. Und man kann auch ihre Sachen bestellen. Aber ich habe mir jetzt etwas günstigeres bestellt. Und hier gibt es dann auch tatsächlich Erklärungen. Pflegehinweise, Wirkung, Anwendung und dann ein Plakat mit den ersten Übungen. Die habe ich noch gar nicht gemacht. Obwohl das hier habe ich gemacht. Das ist richtig gut. Das mache ich gleich auch. Das ist hier. Ich zeige euch gleich die Rollen. Aber alles andere habe ich noch nicht gemacht. Ich habe nur das versucht zu machen, was ich in dem Video von den beiden gesehen habe. So auf jeden Fall ist hier die kleine Kugel. Die ist richtig gut. So entlang der Wirbelsäule und so. Und dann eine große Kugel. Eine ganz kleine Faszienrolle. Also für Arme und Beine und so. Und dann eine Säule. Und ich sehe gerade mein Akku ist eine. Ich komme gleich wieder. Ich muss den Akku austauschen. So. Ich bin wieder zurück. Der neue Akku ist drinnen. Ja. Und ich mache jetzt erstmal meine Übungen nochmal. Aber ich glaube, diesmal schaffe ich gar nicht so viele Wiederholungen. Ich glaube, ich habe letztens acht gemacht. Ja. Ihr merkt, ich bin komplett unfit. Und das muss ich sagen. Ich schäme mich total dafür. Weil früher war ich richtig sportlich. noch bis, ich sage mal, was weiß ich. Ja, von acht, sieben Jahren. Ich habe mich eigene Gruppen geleitet und alles. Habe ich ja schon mal erzählt. Und jetzt kriege ich nicht mal Krankengymnastik richtig hin. Also Ausdauer geht momentan gar nicht. Also die Schmerzspezialisten, die gehen ganz viel über die Dehnung. Ne. Also die machen sehr viel mit Dehnen. Was natürlich auch sehr wichtig ist. Aber man muss natürlich auch. Ich habe nicht alle, ich habe mir, ich glaube, nur zwei Videos von denen angeguckt. Aber auf jeden Fall, man muss natürlich auch die Muskeln kräftigen. Nicht nur Dehnen. Und wenn man Rückenübungen macht, muss man Bauchübungen dazu nehmen. Und wenn Bauchübungen eigentlich... Ne, man kann nicht nur Bauch trainieren. Man muss dann, ja, die Gegenseite auch trainieren. Ja, ich habe sogar schon das schwächste Band mir genommen. Und trotzdem schaffe ich das nicht so ganz. Ja, ich habe jetzt mit zwei Übungen bis jetzt, die ich gemacht habe von den Schmerzspezialisten. Die kann ich euch zeigen. Ja, wie gesagt, die gehen sehr viel über die Dehnung. Moment, ich schiebe euch ein bisschen weiter weg, damit ihr mich besser sehen könnt. So, man stellt sich jetzt... Ich ziehe mir mal die Schuhe raus. Auf alle Viere. Und dann muss man die Arme ein bisschen nach vorne. Und dann geht man mit dem Unterkörper. Also nicht den Bauch noch hängen lassen, sondern richtig den Rücken nach unten drücken. Und dann sollte man das so bis zweieinhalb, drei Minuten halten. Der Kopf gerade. Ich schaffe keine drei Minuten, keine zweieinhalb. Es tut auch weh. Und das soll auch weh tun, aber eben... So. Und die andere Übung wäre, man dehnt jetzt hier den. Ne? Die Beine müssen so bleiben. Man darf nur ganz leicht nach unten vielleicht mit dem Po. So. Und dann drückt man den Oberkörper so richtig und den oberen Rücken nach unten. Mit der Brust Richtung Boden. Und dann zieht das auch im Rücken und überall. Und dann hat er einmal die Hände. Seht ihr jetzt nicht, dass die Daumen sich berühren. Und genau das gleiche. Und dann Arme auseinander, so Hände weiter und auch wieder. So. Das kriege ich aber nicht hin. So. Oh Gott. Aber das kann ich nicht. Das tut einfach zu sehr weh. Ich weiß nicht. Mein Buckel ist wahrscheinlich schon fortgeschritten oder keine Ahnung. Aber da wo die Stelle halt ist, ne? Wo es rund ist, sollte man sich so drauflegen. Am besten ein Kissen oder sowas noch unter den Kopf. Und dann die Arme nach hinten. Und dann so, solange man kann, liegen bleiben. Das dehnt dann auch hier alles und vor allem der Rücken, ne? So. Was ich aber als sehr angenehm finde bei diesen Faszienrollen Geschichte. Den hier. Diese Doppelkugel. Das ist richtig gut. Ich habe gerade solche Verspannungen einmal wieder hier im Nackt. Und dann so liegen bleiben. Und dann vielleicht ein bisschen zwischendurch bewegen. Das ist angenehm. Da kann ich ja ein bisschen länger liegen bleiben. Hm, gute Nacht. Ach nee, Quatsch beiseite. Ich habe noch einiges im Haushalt zu erledigen. Ja, und dann gibt es eben ganz normal die alten Übungen, die wir eigentlich alle kennen. Also dieses mit dem Katzenbuckel. Und dann Hängebauch, ne? Ich habe immer am Ende der Stunde, bei meinen Stunden, die ich gemacht habe, früher das mit dem Rücken gemacht. Aber es war jedes Mal mit drin, irgendwelche Rückenübungen. Oder auch mal das, ne? Diagonal so. Rechte Hand, der rechte Arm, linkes Bein, strecken und halten. Und dann das gleiche andersrum. So. Da habe ich gar nicht so viel gemacht und bin schon aus der Puste. Ihr merkt, ne? Total unsportlich. Ja, und auch eben immer wieder Dehnübungen machen. Weil Arme und alles habe ich ja gerade auch bewegt, benutzt, angestrengt. Und dann hier ganz vorsichtig den Arm nach unten strecken und den Kopf nicht ziehen. Einfach nur halten. So eine Seite. Und dann, oh, die Seite geht schlechter. Zur anderen Seite. Und dann Doppelkennen. Und dann zieht das hier, das merke ich. Und strecken. Ja. Und trinken nicht vergessen. Ja, ich habe da meine Flasche. Das waren jetzt nur ein paar Übungen. Die mache ich natürlich nicht alle jetzt. Auf einmal so wie gerade. Ich versuche es, aber manchmal hat man keine Zeit. Manchmal vergisst man das. Oder einfach nur Bock drauf. Es sind immer wieder Sachen, ne? Es ist alles nur Ausreden. Ich weiß, ich versuche das irgendwie immer wieder in meinen Takt zu integrieren. Okay, das mit dem Hinlegen auf die Rolle hier im Nacken oder auch hier unteren Rücken. Das ist angenehm. Das macht man natürlich häufiger. Ist ja klar, ne? Ich muss noch mehr Übungen mehr angucken für die anderen Sachen, die hier sind, ne? Die Kugel kann ich mir gut vorstellen, dass man auch, also das ist ja auch wichtige, sind alles wichtige Stellen. Die sind alle mit irgendwelchen, also die Nerven mit irgendwelchen anderen Organen und so verbunden. Und dann kann man gut massieren. Oder Fuß. Oder ich liebe Fußmassage. So. Aber ich lasse das jetzt mal sein. Ich mache ein bisschen Haushalt. Und dann wird natürlich gekocht. Ja, hier steht Wäsche, aber die ist noch nicht trocken. Ich habe gestern zwei Maschinen gewaschen. Ja. Ach ja, wollte ich noch sagen. Ich bin heute so was von geladen. Ich bin so sauer auf meine Kinder. Ja. Dieses Rumgezicke und Diskutierereien dauert, ne? Ich habe seit Wochen gesagt, ich räumte endlich eure Zimmer auf. Christian ist noch nicht da. Wenn er gleich von der Arbeit nach Hause kommt, da kann er sich aber auf was freuen. Sein Zimmer ist richtig schlimm. Ja, dann habe ich denen eine Stunde gegeben. Raphael hat fast alles gemacht, was ich gesagt habe. Nur Staub nicht gewischt. Madame hat die meiste Zeit vor dem Computer gesessen. Die hat so ein bisschen nur den Weg zum Bett und zum Fenster, zum Tisch freigeräumt. Alles andere einfach nur beiseite geschoben. Und dann steht es. Ich bin gerade von oben aus gerastet. Sie dann auch. Knallt erst mal die Türen hinter dem Rücken zu. Ich habe ihr noch jetzt halbe Stunde gegeben. Die ist gleich um. Ich bin gespannt, wenn ich wieder hochgehe. Wie es da aussieht. Also so nicht bitte. Nicht mit mir. Das ist aber mein Zimmer. Ja, das ist aber mein Haus. Und ich will, dass das ganze Haus vernünftig... Hier ist auch nicht perfekt alles. Aber ich versuche das einigermaßen in Ordnung zu halten. Und hier liegen nicht überall, wie bei denen im Zimmer, leere Pfandflaschen von Wasser. Oder dreckige Wäsche auf dem Fußboden. Oder irgendwie Bonbonsverpackung, Müll mitten auf dem Tisch. Die Tastatur kann man kaum noch sehen. So ist das bei Christian auch, wie gesagt, bei Christian richtig schlimm. Es ist mein Zimmer. Nein! Ich kann das auch genauso wegnehmen, das Zimmer. Dann wohnst du keine Ahnung. Ich habe Christian auch gesagt, dann zieh aus, wenn es dir nicht gefällt, dass du hier Ordnung halten musst. Such dir eine eigene Wohnung. Da kannst du so viel Dreck machen, wenn du willst. So, genug gemeckert. Ich mache jetzt mal ein bisschen weiter. Und dann sehen wir uns beim Kochen. So, es ist Zeit zum Kochen. Und ich habe mir überlegt, wie ich gestern schon gesagt habe, ich will meinen Froster einigermaßen jetzt leer kochen. Und ich habe heute nachgeguckt und habe Rinderrouladen gefunden. Und wir haben das schon sehr lange nicht mehr gehabt. Die Kinder sagen, verklopft das Fleisch dazu. In echt, auf Russisch heißen sie Ad Bivne. Warum sie so heißen? Ad Bivne bedeutet eben abgeklopft, geklopft. Also das Fleisch wird mit einem Fleischhammer bearbeitet, bevor es dann gebraten wird. Dazu mache ich Stampfkartoffeln. Isabelle schält gerade die Kartoffeln. Dann habe ich gedacht, ich mache jetzt noch ein paar Pilze anbraten und dann halt die Soße und Salat. So, das ist jetzt der Plan. Den Eintopf, den habe ich jetzt mal zur Seite gestellt. Den werde ich gleich kalt stellen. Dann können wir morgen den essen. Passt schon, weil morgen ist wieder Trainingszeit. Dann entweder vorkochen oder eben das, was noch da ist. Aber heute jetzt zwei Tage hintereinander. Ich habe schon mittags gegessen. Mag ich das auch nicht so wirklich. Ja, ich habe das Fleisch schon ein bisschen vorbereitet. Das heißt, zurecht geschnitten. Deswegen denke ich mal, können wir jetzt loslegen. Aber ich brauche zuerst den Hammer. Habe ich ihn hier? Ja. Genau. Mit diesem Ding werde ich jetzt das Fleisch bearbeiten. So, ich habe extra Tuch drunter gelegt, weil das sonst zugehalten scheppert. Und damit das eben, ja, zeitsparender ist, defizienter, mache ich gleichzeitig mehrere. Ich glaube, irgendwann habe ich das schon mal gezeigt, aber es ist schon länger her. Deswegen gebe ich jetzt Salz drauf und ganz leicht Pfeffer. Und dann stellt euch vor, dass es der Gesicht von eurem Chef oder Ex oder wer auch immer euch Böses angetan hat. Und haut drauf. Aber nicht zu volle. Eine Schürze wäre angebracht. Ich glaube, ich suche mir jetzt mal eine Schürze zurecht. So, ich habe eine Schürze. Und jetzt klopfe ich einfach das Fleisch zurecht. Dann wird das umgedreht. Und wieder ein bisschen Salz drauf. Und weiter klopfen. So, und das, was verkloppt wurde, lege ich einfach mal zusammen und beiseite. Und das mache ich jetzt mit dem ganzen Fleisch, was ich hier habe. Dann geht das weiter. So, das Fleisch habe ich jetzt verklöppelt. Aber bevor ich hier weitermache mit dem Fleisch anbraten und so, das geht ziemlich schnell eigentlich. Und dann mache ich schon mal alles fertig für den Rest. Also sprich, Stampfkartoffeln aufsetzen und dann für die Soße das ganze Gemüse schneiden und vorbereiten. Und das mal geschälen sowieso. Ja, Isabel hat die Kartoffeln geschält. Jetzt kommen die einfach in den Topf rein. Ja, und für die Soße nehme ich, ja wie schon so oft, das habe ich ja glaube ich schon sehr oft gesagt. Diesmal nehme ich noch Sellerie mit bei. Ansonsten Zwiebel, Knoblauch, Böhren, ein bisschen Paprika, ein bisschen Zucchini. Und dann, je nachdem wie man das will, ob das mit Tomaten gemacht werden muss oder nicht. Dann nehme ich Tomatenmark oder passierte Tomaten oder beides. Das überlege ich mir gerade noch, ob ich die Soße tomatig haben will oder nicht. So, die Kartoffeln sind fertig drin. Ich mache jetzt Wasser rein und ab auf den Herd damit und Salz. Der kommt als erstes nicht rein in die Stampfkartoffeln. Also viele nehmen noch Muskatnuss, ich mag den nicht, deswegen kommt bei mir kein Muskatnuss mit rein. So, und jetzt schneide ich und schäle ich erstmal das ganze Gemüse und die Pilze, genau. Die wollte ich dann auch nebenbei anbraten, dazu als Beilage. Und wenn es dann weitergeht, zeige ich es euch. So, es geht weiter. Ich habe jetzt das ganze Gemüse geschnitten. Was ich gesagt habe, was in die Soße rein kommt. Stampfkartoffeln stehen schon auf dem Herd. Das Öl ist alle. Okay, muss ich gleich einen anderen holen. Und jetzt kommt das ganze Gemüse einfach mal in den Topf rein. Und dann wird das erstmal kurz angebraten. Und wenn es dann ein bisschen gebraten ist, kommt Tomatenmark oder Wasser oder je nachdem wie man die Soße haben will. Ein Flüssigkeit rein und dann wird das fertig gar gekocht und dann püriert. Das ist dann die Soße. Und jetzt mache ich tatsächlich weiter mit dem Fleisch. Also wir brauchen auf jeden Fall Eier zum Panieren vom Fleisch. Wenn wir viel Fleisch haben, nehme ich mindestens zwei Eier. Die sind sogar vielleicht drei. In die Eier kommt Salz und Pfeffer. Und dann ordentlich packen oder nicht. Und in die andere Schüssel kommt Mehl. Du musst das Gemüse nicht vergessen. Zwischendurch und Röhren wird das alles angekommen. Ja, und dann ist es eigentlich ganz einfach. So zusammengeklapptes Fleisch wird einfach erstmal in Aal gewendet und dann in Mehl. Und dann kommt das in die Pfanne, wenn das Öl mal heiß ist. Achja, solange ich jetzt das mache. Christian muss gerade sein Zimmer aufräumen. Er kam nach Hause oder ich kam nach Hause. Ich war kurz beim Edeka noch. Und ja, habe ich ihm klar und deutlich gesagt. Also entweder räumst du jetzt ordentlich auf oder du suchst dir eigene Wohnung. Weil das will ich nicht mehr haben hier. Ja, er räumt lieber auf, ist klar. Und dann habe ich ihm aber die Geschichte erzählt, wie das bei uns war auf dem College. Also ich finde, die College-Zeit war für mich echt die sehr schöne. Kann man sagen, in meiner schönsten Zeiten. Ja, solange er es hier anbrät, kann ich ja ein bisschen erzählen. Ja, auf dem College war das eigentlich sehr schön. Man war frei quasi. Man hat nicht mehr zu Hause gewohnt. Ich habe ja in einem Wohnheim gewohnt für Studenten. Das war ein fünfstöckiges Gebäude und viereinhalb Etagen waren eben College. Die Klassenräume und so weiter. Und eineinhalb Etagen, also die halbe, vierte und fünfte Etage waren da Wohnheim für diejenigen, die nicht in der Stadt gewohnt haben. Ich habe das Zimmer mit einer Freundin geteilt, kam aus der gleichen Stadt, hatten den gleichen Lehrer gehabt und so weiter. Manchmal hatten wir für eine kurze Zeit tatsächlich mal ein drittes Mädchen bei uns im Zimmer. Aber was ich erzählen wollte, wir haben hier wirklich nur so ein Zimmer, ja vielleicht ein bisschen größer als die Küche gehabt. Betten, Klavier, Stuhl, Schrank, Tisch zum Essen und noch einen Tisch zum Arbeiten, Scheiben. Und kein Wasser haben, gar nichts. Das Wasser gab zwei Küchen, in denen keiner richtig gekocht hat. Wir hatten so einen kleinen zwei Plattenherd gehabt, das hat meine Mama und meine Eltern mir mitgegeben. Kühlschrank hatten wir natürlich auch nicht oder sowas, das gab es nicht so damals. Das habe ich hier Christian, der ist gerade hier und hört nochmal zu. Hi. Und Toiletten gab es ganz woanders, für Jungs an dem Ende vom Flur, für Mädchen an dem, genau wie Waschräume. Und Dusche war unten in der ersten Etage. Also war ziemlich, ich sag mal, unkomfortabel das Ganze, aber man war trotzdem frei. Man hatte seine eigene Budel, man hatte seine Freiheit ohne Eltern, aber so frei waren sie dann doch nicht. Weil wir hatten, wir haben ihn immer Aufsinger genannt, war natürlich nicht, das war eigentlich so eine Art Hausmeister, Aufsichtsperson schon irgendwo. Das war nämlich so, jeden Morgen um sieben. Egal ob du Unterricht hast oder nicht an dem Tag oder eben um die Uhrzeit, ob du jetzt zur ersten Stunde musst oder nicht. Klopfte es an der Tür und da war dann jetzt dieser Mann, der für uns zuständig war und hat kontrolliert, ob wir wach sind erstens. Wie du hast ja mit dem Schlafanzug oder Nachthemd die Tür aufgemacht. Du hast zu dem Zeitpunkt komplett eben vorbereitet zu sein, ne, zum in den Unterricht gehen. Und die Betten sollen gemacht sein und das Zimmer ordentlich, ne, also jetzt sauber, kein Deckgeschirr oder sonst irgendwas. Der Fußboden, der hat es wirklich kontrolliert. Und jeden Abend kam er dann wieder, hat seine Runde gemacht um eine bestimmte Ortszeit, weiß ich gar nicht mehr wie spät das war damals, ne. Und hat kontrolliert, dass keine Einheimischen, also dass nur da diejenigen da aus dem Zimmer, die da wohnen. Und nicht jetzt die Leute, die aus der Stadt sind, ne, also die haben ja, mein Ex-Mann war einer aus der Stadt. Ja, ähm, so war das. Es war wirklich, der hat wirklich jeden Tag kontrolliert. Jeden Morgen ging er von Tür zu Tür, hat geklappt und hat geguckt, ob dein Zimmer in Ordnung ist, ob du in Ordnung bist. Und nicht wie so, ne, mit so 10 Tage nicht gewaschenen Haaren und sonst was. Und in Jöckenhose oder so. Achso, du hast jetzt Sport als erste Stunde gehabt, ne. Also, da wurde er echt streng kontrolliert. Und ich habe den Kindern jetzt gedroht und habe gesagt, wenn ihr jetzt hier Stress macht und nicht mit ihren Zimmern klarkommt und nicht aufhören müsst, führe ich einen Tag in der Woche ein, an dem ich das mache. Ich mache einfach Rundgang durch die Zimmer und alles, was nicht nach mir ist, nicht in Ordnung ist, was nicht an seinem Platz ist oder dreckig, ja, dann gibt es Ärger. Ich muss nur noch überlegen, welche, was ich denen da jetzt an tue, so zu sagen. Ich habe das bei Isabel schon einmal gemacht. Ich bin im blauen Sack angerückt und habe einfach alles in den Sack reingeschmissen. Ich habe geschrien und getobt und gezickt. Ich habe alles, alles, was so rumlack, was nicht gestöpft hat, was nicht an seinem Platz war. Da ist auch ihr Tablet stammt und alles ist einfach reingewandert. Und ich habe ihr wirklich die Sachen erst gegeben, als ihr ihr Zimmer richtig aufgewandert habt. Und auch die Sachen, die ihr wiedergekriegt habt, hat sie dann auf den richtigen Platz gemacht sonst. Aber das hat mir zwei Wochen gehalten. Also wenn ihr irgendwelche Tricks und Tipps habt, wie man die Halbstarken dazu bringt, ihre Zimmer in Ordnung zu halten, nur her damit. Vorhin kam Christian, was machst du? Ich sage, ich verklopfte das Fleisch. Aha, ich sage, besser das Fleisch als euch. Ne? Ist doch so. Aber ich war wirklich heute richtig sauer schon, weil der Zustand, in dem die Zimmer waren, vor allem bei den beiden großen, ne? Und bei den Teenieern, das war einfach nichts mehr tragebar. Dann würde ich eben jetzt 5-5-3-2-3-0, ne? Wenn sie das nicht anders wollen. So, jetzt habe ich euch noch eine Geschichte aus meiner Kindheit, Jugend, Heimat erzählt. Ich hoffe, das war in Ordnung. Jetzt geht es hier weiter. So, das Fleisch muss natürlich gewendet werden. Das ist klar. Es muss von beiden Seiten freundlich angebraten sein. Das ist jetzt nicht durchknucken. Es muss nochmal gleich gewendet werden. Also einfach mal hin und her wenden, damit es auch wirklich gut angebraten ist. Aber das ist auf jeden Fall super einfach, aber auch sehr, sehr lecker. Das könnt ihr mir glauben. So, das Gemüse brutzelt vor sich hin und ich mache jetzt ein bisschen hier mit den Filzen weiter. Ich schneide die Filzen einfach in Scheiben und dann werden sie angebraten. So, das eine Stück ist schon fertig. Das ruhe ich auch, aber ich habe jetzt vergessen die Behälter zu holen. Moment, Moment. So sieht es denn los und es fertig ist. Und ich will jetzt ein bisschen probieren. So sieht es aus. Mh, wirklich lecker. Mh, wirklich lecker. Aber heiß. Ich werde jetzt die Soße weitermachen. Ich gebe ein bisschen von Paprika-Pulver rein. rein und dann Tomatenstücke, Basilikum-Kräuter und Wasser und lasse das Ganze jetzt weich kochen. Und hier hole ich jetzt schon mal die raus. Die sind fertig und mache weiter. Das heißt, die nächsten müssen daneben gehen. Die nächste Ladung wird in die Pfanne wandern. Ja, und hier habe ich eine Pfanne. Ich gebe nur ganz wenig Öl rein, dass ich kleine Pfannes mache, an und da werde ich gleich die Pilze drinnen braten. Einfach nur anbraten mit Salz und Pfeffer. So, ich habe jetzt die Abzugraube anschalten müssen, weil hier ja, die Luft kann man so schneiden. Von dem ganzen Braten steht hier drauf im Zimmer. Da hat auch das Fenster nicht viel gebracht. Also ich habe jetzt hier die Soße, die habe ich püriert. Ich habe jetzt einen kleinen Rest von Femme-Lerger rein getan und ich hebe den Rest von Frischkiesekräutern. Und das mixe ich noch einmal durch. Jetzt probiere ich auf den Salz drin. Das ist ein bisschen Soße. Das ist ein bisschen Soße. Ja, das ist gut. Auf jeden Fall kommt da noch ein bisschen Salz rein. Und Pfeffer. Und ein bisschen Pfeffer. Und ein bisschen Pfeffer. Und das ganze Mix noch einmal durch. Pfeffer. Und dann kannst du vielleicht ein bisschen Salat schneiden. Ich habe mal die Faust und so etwas gesorgt. Ja, sehr gut. Dann mach ich das. Ja, und die Soßrufe ist jetzt damit fertig. Und ich stelle die wieder auf den Herd. Rücken um die Decke, stelle die drauf. Man darfst erst einmal da stehen und ziehen, sozusagen. Die Pilze, die habe ich jetzt auch schon angebraten. Eisbergsalat. Paprika ist da. Gurke und Tomaten. Und Paprika und Gurke für Raphael, ein kleines Schälchen extra, ne? Fehl muss nicht die Gurke. Ja. Ehrlich. So, jetzt ist schon die nächste Ladung fertig. Die essen noch nicht gern, der kam später. Jetzt kommen die letzten rein. Zum Fleisch. Und dann füllen wir für uns um die Stammkartoffeln. Hier ist es ziemlich laut gerade, weil ich Geschirrspiel auch in der Zwischenzeit schon angeschmissen habe. Also aus, eingebrannt und angeschmissen. Und ja, die Abzauberung. Christian macht die Tür zu, sonst ist es im ganzen Haus gleich. Die Kartoffeln habe ich ausgestellt, die gieße ich jetzt noch schnell ab. Und hier habe ich Milch, die kommt jetzt kurz in die Mikrowelle rein. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viel ich davon drauf werde. Ich mache das fast mit Spülen. Aber aufwärmen spüre ich auf jeden Fall so die 500 ml. Aber ich glaube, bei diesem kleinen Topf brauche ich nicht so viel. Und woher bin ich jetzt die Butter dran? Ah, mein Gehirn sagt mir halt, unsere Butter ist die Förder. So, auf jeden Fall kratzt es zu meinem Hals mittlerweile. Genug, dass ich was gebraten habe. Kommt jetzt mal Butter rein. Und dann wird das gestammt. Und dann wird das einfach so gestammt. Okay, warme Seemil, kommt nicht dazu. Ein bisschen erstmal. Und fertig. Fertig. So sieht es aus. Salat steht auf dem Tisch. Und die Familie wartet schon auf das Essen. Deswegen werden wir jetzt fortan. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, wie meine Damen und Herren hoch. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss ihr Lieben.